Ich hab schon mal zum Beuny gesagt, wir können... Ich hab wieder können. Ach, die Lambe ist weg. Sonst funktionieren die Knifte ja. Ja, geil, los bohren! Passt! 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 Stopp! Hippi toppi! Wir retten! Oh, wir retten! Alle zwei! Der Beutel, Junge. Hächelt schon wieder mit seiner MDR. Hahaha! No am Hächeln, der Typ. Er war cool, ich hab so eine Daily abgeschlossen, dadurch, dass ich die zwei MG-Typen umgeknallt hatte. Geil! Cool! Mach wieder auf! Da bitte! Ich bin hinten in der blauen Hütte. Ich kann da irgendwie von der Seite holen. Ja, wo ist denn Z? Ja, wo ist denn Z? Ja, hinterm Z ist einer oder das bist du, ne? Ja, ja, ja. Ich bin hier in so'n Waggon am sitzen. Ich hab zur Rechte. Ey, wer tränkelt hier? Bist du nicht bescheuert? Ey, jetzt geh ich hier durchs Z. Wer schießt? Wer schießt? Ich, ich, ich. Ah, okay. Alter. Ich mich verschrocken. Mache dich so Lärm. Der schießt zurück. Hetzt uns die ganze Blase auf den Hals. Wer steht hier? Ja, das ist John. Wer ist doch verrückt. Der war doch gerade noch im Suchen und hat doch das Geld geschossen. Der ist schnell der Mann. Ja. Du merkst das schon. Du musst gerade an der Situation denken, wie du auf der Brücke hier den Weihnachtsmann abgeknallt hast. Oh ja. Das war ein Schwein. Boah, den Weihnachtsmann hab ich auch dreimal abgeknallt und das waren, alle Male waren aus Versehen. Okay, ein Mann nicht. Ein Mann nicht. Hab ich mir dann das Gear von denen angezogen und hab den Weihnachtsmann Prank gemacht. Hab die Leute zu mir herangewunken. Die kamen und hab ich nicht in den Kopf geschossen. Echt? Das hat so oft geklappt. Ich schreib euch. Scheiß auf Silveteil bin ich nicht gekommen. Wiegt dieser Hahn so viel? Ich regeneriere überhaupt keine Ausdauer. Sind das von Mist? Ich geb's dir gleich. So, wo seid ihr jetzt? Okay. Oh. Ich hab den gehofft. Oh, ich dachte das war einer. Hier ist noch einer. Achtung, hier ist noch einer. Boah, ich hab hier immer keine Ausdauer. Achtung, Skepp von... Ja, da kommst du durch das Tor. Au. Der redt weiter. Oh, ich hab keine Ausdauer. Ist der in den Singles drinnen? Ja. In Construction. Okay, okay. Ich geh rein da. Äh, nicht in Construction, ich bin im Skeleton. Sorry. Hier vorne sitzt doch noch ein Skev, oder? Ich bin am... Das bin ich. Bin am Durchgang. Was? Hab ich jetzt einen von euch erschossen? Nein, ich bin doch zurück zur Seite gegangen. Ne, hier ist einer tot jetzt. Ich bin drin im Geländer. Ja, ja. Der schießt auf mich. Das Leibach. Das Leibach. Hab den. Okay. Oder, ne, wir... Wir könnten ja auch rein theoretisch von... von hier aus weiterlaufen, geradeaus und dann einfach zum Dingeln. Genau. So, yes. So würde ich das machen. Ja, ja, ja. Bis vor zum Skeleton und dann rechts wegdriften, oder? Ich geh links rum. Wer... Wer ist denn jetzt hier, der keine Ausdauer hat? Ich bin das. Ich bin das. Ich bin hinter euch. Okay. Du, Daniel, suchst du den Kurs! Ja! Du, Daniel! Ja! Dreh noch! Okay, down, down, down! Der mit der DTM, der hat keine Ausdauer, ne? Genau! Okay, warte, bleib mal hier kurz stehen. Du nutzt den mal hier. Dann kannst du wenigstens mithalten. Also, kriegt er da nie Ausdauer? Doch! Du levelst trotzdem? Ja, klar! Oh, okay! Wenn du am Anfang des Raides dir direkt den SJ6 reinhaust und sofort anfängst zu sprinten, ohne einmal zwischen zu bleiben, kriegst du den meisten Bonus auf deine Ausdauer. Okay! Ja! Ist ja cool! Das hab ich von so'n Typ, so'n YouTuber, äh, hat der Dinge schon, äh, äh, Video gemacht, wie man am besten die Sachen... Erf, links, Beulich! Erf, links! Links! Minus! 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 Ja! 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 Ich bin hier schon am Zug, hier. Ich hab' das Bild schon mal rumstellen, wenn wir da hinten irgendwo, ne? Ja! Ich glaube, da hast du draußen auf der Straße, oder? Ja! Ja! Jetzt gucken wir aber, was von hier seh ich. Ich bin schon im Container durchgang zum... Alles, tue denn? No! So, ich bin schon am Zug hier. Da lang gehen, ah ok. Würde ich sagen, Joachim. Ja, mach drin. Ich bin noch kurz am klippen. Kommst du dir mal zu? Mhm. Komm jetzt auch. Okay. Die sind auf der Danke. Auf jeden Fall, es gäbe sich schön zu schreien. Wir sind ja irgendwie was gesehen. Oh ja. Da wird geschossen. Ja, ja, ja. Ja, da sehe ich ihn. Ich gehe von vorne dran. Um uns anzuspringen? Hier war ein Spieler irgendwo. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich bin jetzt in den roten Containern, damit ihr Bescheid wisst. Alles klar. Hab einen. Habt ihr noch was? Ich bin noch an den Waggons jetzt hier. Ja. Wir sind noch an den Waggons. Da schießt noch einer, oder? Schieß einer, ja. Ja. Hat sie hatten, ne? Ich war grad im Sprint. Beide? Zwei, ja. John, bist du? Ich gehe jetzt zur Tanke drauf. Vorm Dingens. Tunnel aus. Komm mal Richtung... Von den Gleisen. Von den Gleisen. Von den Gleisen aus. Komm mal Richtung blauen Zaun und guck mal, ob da... Ich laufe jetzt grad zum blauen Zaun. Nicht, dass das drei sind. In einen Zapfstein. In einen Zapfstein gerade. Finchi, ich sauf dein Saufen. Ja. Hau mal meine Knarre weg. Also hier hinten, glaube ich, sehe nichts mehr. Hier ist... Scheint frei zu sein. Ich hab jetzt hier alles mal durchgeguckt. Okay. Dann loot ich mal meine Brüder. Nee, hier nix. Nee, ist free. MDA, sehr schön. Ja, auf jeden Fall ist irgendwas DMR mäßiges, ne? Mhm. Ja, aber Out Gas ist zu. Wir müssen weiter. Finchi, deine Weste lass ich. Die hat 0 von 36 9. Ah ja. Ja. Alles gut. Ja, ich war doof. Ich war gerade mitten im Sprinten. Und ja. Hab ich ihn noch auf den Beinen gegeben, oder? Ja, Mann. Die wiederkommen. Ach, wir sind ja eigentlich auch egal. Level 87. Ich save schnell Benjis Zeug. Einfach weghauen. Irgendwo auf den Gleisen ist noch ein Skeff. Ich komme jetzt rüber. Oh, da ist ein Skeff. Der ist aber auf jeden Fall dann gespawnt gerade. Schießt jemand auf den? Ja, ja. Ich mache das jetzt. Die machen in letzter Zeit, die laufen nicht mehr. Die machen so Moonwalk. Ach so? Ich clip das gleich mal. Das sieht echt so lustig aus. Oh, der hat einen Slick. Der ist ja noch besser. Wow. Ey Beutel, ich kannste eine Geselle mitnehmen. Oh, bis Start zu dieser Quest kann man das... Kannste einfach spielen. Nee, du kannst das aber anziehen. Ja. Einfach usen. Mhm. Warte, bin ich doof. Hin. Danke. Genau, Bleispender. Das war jetzt auch... Ich komme jetzt zur Tanke. War auch meine Idee jetzt hier. Dann haue ich meine Sauri weg, nehme die Granate mit. Der Beutel will die Gesellen nicht mitnehmen. Wo ist denn die? Na, die habe ich hier rausgeschmissen jetzt bei dem Toten da ja gleich. Ach so. Wenn du durchs Türchen wieder raus gehst. Durchs Türchen wieder raus? Warte, ich haue erstmal meine Armour weg. Mhm. Wohin? Der hat eins gefischt. Genau. Oh, ich muss mal wieder klippen überhaupt. Ich habe ja geballert. Wenn ich aus der Tür gehe, rechts? Nee, da liegt direkt vor der Tür. Ah. Da musst du auch die Geselle, siehst du eigentlich, die ist ja so eine helle. Gott, die Armour. Ich bin hier oben auf dem Zug. Wo ist der Beutel? Ich bin hier noch im Gebüsch. Du rennst gerade weg von mir. Oder du rennst noch irgendwo rum. Okay. Ich renne vor zur Brücke. Okay, ich komme jetzt. Irgendwas schiebt. Ich, ich. Ich renne einfach vorbei. Wir wollen da nicht rein. Oh, Alter. Ich dachte mir gerade, was ist das für ein Geräusch? Aber unter dem Helm? Ja. Ja. Bei dem Exit erkennt man, wenn der an ist, dass das Licht an ist. Aber manchmal schießen die Leute das kaputt, damit man denkt, das wäre zu. Ah, okay. Also hier oben läuft da das Licht. Die Säcker. Ja, aber die schießen wir das halt nicht. Oh. Nimmst du jedes, hast du jedes Stacheldraht gefunden? Jeden Stacheldraht. Ja. Genau in dem Gebäude über uns ist jetzt der Sniper Scape. Ja, ja. Ich weiß. Ich hab den schon gesehen. Der liegt da und faulenzt und trinkt Bier heimlich. Der stopft. Der kommt vor. Zu uns. Hab den. Jürgen schreit auch ins Käst. Das war noch ein zweiter. Hat den Gehilter jetzt. Der ist im Zug drin. Ja, ich geh. Hol den wir. Ich bin schon wieder außer Atem, Alter. Links ist der. Links, 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 links. Okay. Ab in. Raubarsch. Nein, nicht Inspekt. Öffnen. Jus. John, bist du schon drüben? Ich bin in dem Waggon, hab den Käst geführt und zu tun jetzt. Okay. So, komm Boil, wir gehen jetzt zum Ausgang. Wie geht's? Das war ich. Ah, okay. Hier haben wir noch kurz gucken, ob hier eine Grafikkarte drin ist. Und dann komm ich auf. Er rantaliert. Ein Glas, ja. Ah, hier ist jemand. Passt auf. Hier. Ich hör den, der ist außerhalb. Dings. Das war jetzt Holz. Ja. Warst du, warst du Holz? Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Du warst nicht auf Holz? Nein. Nein, nein, nein. Es scheint aber weg zu rennen. Wo ist denn hier Holz? Ich glaub im Grafikkartenraum. Nein, nein, davor. Außerhalb? Ich komm jetzt raus. Ich weiß ungefähr, wo der sein müsste. Ich komm. Passt ins Kass. Dein Ernst? Kippst du nicht rum? Hast du keinen Bock zu sterben? Okay, haben. Okay. Ja, da kommt noch einer. Beutel nicht, geh schon mal zum Ausgang. Nee. Ja. Ich komm jetzt auch sofort. Beutel ist doch VIP. Warte, Beutel hier auf der Straße, musst du aufpassen. Nicht, dass aber noch mal einer im Gebüsch hängt. Seid ihr schon am Exit? Wunderbar, ja. Ja. Okay, perfekt. Alles, was jetzt hier oben sich knall ich jetzt. Kannste. Okay. Wir extrahieren. Naja, läuft. Oh, nee. Echt, fehlen mir 37 XP. Für Level 7. Achso, ich dachte jetzt. Oh, ich dachte jetzt. Oh, ich dachte jetzt. Ja... Wie gerade noch ihr reingeht? In der Wurste! Zuów CIenser, das neben mir war. Na meiner Seite ist Case wichtiger.